Oh nein! Wer hat die Löcher in mein Kleid gemacht? Dienerin! Was ist denn, Madame? Dienerin, deine doofe Katte hat mein schönstes Kleid zerkratzt. Jetzt musst du mir ein neues kaufen. Aber warum denn, Madame? Na, weil ich das sage. Jetzt schnell! Hopp, hopp! Die Dienerin ärgerte sich sehr und verschwand. Am Nachmittag kam sie wieder. Hier, Madame, wollen Sie dieses schöne Kleid? Nein, das möchte ich ganz bestimmt nicht. Hol mir sofort ein neues Kleid, das noch schöner ist. Die Dienerin verließ, genervt den Saal. Sie traf den Ritter Sebastian vor der Burg. Meine Güte, die Herrin nervt heute wieder. Ah, da weiß ich was. Ich komme gleich wieder. Ritter Sebastian kam nach 10 Minuten wieder. Er gab der Dienerin ein wunderschönes, glänzendes Kleid. Die Burgenherrin war begeistert. Ich muss dieses schöne Kleid so schnell wie möglich anprobieren. Plötzlich fängt sie an zu schreien. Ah! Haha, das Kleid bekommt sie nie mehr ab. Hä, wieso? Na, weil ich Kleber reingemacht habe. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020